Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es dann wieder ein neues Tutorial und zwar zum Thema wie man Thumbnails erstellt beziehungsweise wie ich meine Thumbnails erstelle. Das Ganze ist kostenlos, ich hatte ja auch bereits mal ein Video gemacht dazu wie man möglichst leicht und vor allem kostenlos Videos schneiden kann. Das Ganze werde ich mal in der Infobox verlinken und ich werde euch heute mal zeigen anhand von dem Thumbnail was jetzt für dieses Video kommt, wie ich das erstellen würde. Das Ganze mache ich mit Gimp, Link dazu werde ich in die Videobeschreibung packen und das Ganze ist kostenlos, könnt ihr euch runterladen, ist mittlerweile auch relativ gut weiterentwickelt. Ich glaube so wie es hier bei mir aussieht, müsste es auch am Anfang bei euch aussehen, wenn ihr es installiert, ansonsten müsst ihr nochmal hierbei an sich gucken ob alle Menüleisten angewählt sind und ich würde nur sagen, wir beginnen mit dem ersten Schritt und ich habe jetzt mal ein Screenshot gemacht und da könnt ihr natürlich jeden beliebigen Screenshot nehmen, den ihr wollt, den ihr als Thumbnail nehmen wollt, müsst ihr natürlich immer einen guten Screenshot raussuchen, was manchmal relativ schwierig ist und hier würde ich jetzt mal als erstes beginnen mit dem Zuschneidetool, da wir natürlich hier oben das Ganze nicht haben wollen und deshalb würde ich das Ganze mal per Augenmaß hier zuschneiden, so sollte es ungefähr passen. Jetzt ist das natürlich viel zu klein und dann müssen wir hier einmal auf das Vergrößerungstool gehen, auf das Skalierungstool. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten, ihr könnt zum einen direkt Höhe und Breite eingeben, was sich auch teilweise echt empfiehlt, ansonsten könnte ich hier sagen, dass die Breite und Höhe im Verhältnis immer gleich bleibt und dann brauche ich jetzt zum Beispiel 2560 Pixel und das Ganze reicht natürlich nicht aus, weil das so nämlich nicht mittig ist. Das muss man leider etwas dann so per Augenmaß und so weiter machen und so haben wir das auf jeden Fall schon mal ganz gut zugeschnitten. Dann als nächstes habe ich immer eine Textbox, die wirklich komplett vorgefertigt ist, ich nehme die für jedes Video, ich könnte mal auch so langsam wieder eine zweite Version vielleicht machen oder auf jeden Fall eine neue Textbox. Empfehle ich euch auch vielleicht irgendeinen Grundstil oder einfach eine Schriftart, die ihr immer wieder benutzt, einfach euch da im Prinzip so euer eigenes aufzubauen. Das Ganze skaliere ich da meistens hoch, sodass ich gut einen Text reinschreiben kann. Dann benutze ich hier ganz einfach das Text-Tool. Hier könnt ihr noch eine Schriftart ändern. Ich nehme beispielsweise immer die Franklin Gothic Heavy. Hier könnt ihr auch, by the way, dieses Fenster rausziehen und dann vergrößern, wenn ihr das irgendwo anders haben wollt. Geht natürlich genauso gut. Für mich passt das jetzt erstmal so und jetzt können wir hier den Titel reinschreiben. Bei mir wäre das jetzt natürlich Thumbnails erstellen. Ich hätte euch empfohlen, nicht zu viele Wörter auf dem Thumbnail zu machen. So zwei bis drei sind meistens in Ordnung. Vier gehen auch noch, aber wirklich nicht mehr. Ja, ich habe es früher auch gemacht, aber man liest sich eben halt so oder so meistens nur so Schlagwörter durch und es reicht eben halt, wenn man dann schreibt zum Beispiel Thumbnails erstellen. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Und wenn ihr übrigens nicht immer so das vergrößern wollt, sondern dass es in alle Richtungen gleich geht, dann müsst ihr Steuerung drücken, dann vergrößert ihr es in die Richtung. Und wenn ihr hier das umkehren wollt, diese Fixierung, dann müsst ihr auch Shift drücken, dann wird das Ganze invertiert und dann könnt ihr auch hier euer Ganzes individuell verschieben und könnt es natürlich so leicht an der Textbox beispielsweise anpassen. So denke ich mal, sollte das schon ganz gut passen. Natürlich noch ein bisschen hier an die Seiten rangehen, dann skalieren. Jetzt passt es natürlich noch nicht ganz, weil es viel zu groß ist. Dann könnt ihr hier rechts in eure Ebenen gehen und dann vereine ich das immer nach unten, dass ihr im Prinzip das Ganze gleichzeitig editen könnt. Und so kann ich das dann etwas kleiner machen. Ich würde hier die Schriftart noch etwas entzehren. Dann nochmal einen kleinen Schritt kleiner machen. Und so sollte es eigentlich ganz gut aussehen, denke ich mal. Wenn ihr jetzt irgendetwas auswählen wollt, dann könnt ihr zum einen einmal dieses Tool hier nehmen, die rechteckige Auswahl. Ansonsten könnt ihr natürlich auch eine elliptische Auswahl nehmen, um dann irgendetwas rundes oder eben halt elliptisches auszuwählen. Dann könnt ihr auch noch eine freie Auswahl und so nehmen. Wenn ihr irgendwelche Bereiche auswählen wollt, die die gleiche Farbe haben, dann müsst ihr hier auf Auswahl und dann nach Farbe gehen und dann könnt ihr eben halt solche rüberziehen und dann werden hier so kleine Linien angezeigt, die dann eben halt symbolisieren, wo dann die Auswahl ist. Allerdings sollen wir es in dem Fall nicht. Einmal nochmal auf Auswahl nichts. Ich will nämlich zum Beispiel dann nur sagen, wie man das erstellen kann. Deshalb wähle ich das dann so aus. Und ich möchte natürlich nicht das, was da drin ist, auswählen, sondern ich möchte das Ganze einmal invertieren, dass im Prinzip alles andere außerdem ausgewählt ist. Und das werde ich jetzt einmal weichzeichnen. Dazu einmal auf Filter weichzeichnen und dann Gauscher weichzeichnen. Für meine Shop-Videos nehme ich zum Beispiel eigentlich immer 20. Ist jetzt allerdings viel zu stark. Ich weiß gar nicht, wie das so am besten ist. Ich hätte mal gesagt so und dann könnt ihr wieder sagen, Auswahl nichts. Und ich würde das Ganze eventuell auch nochmal vergrößern, dass man da etwas mehr erkennen kann. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr immer die richtige Ebene ausgewählt habt. Sonst kann das noch nicht etwas problematisch werden. Wir müssen das versuchen, möglichst gut hier raufzuziehen. Ich hoffe mal, dass das so ganz gut passt. Sieht auch eigentlich ganz gut aus. Und ich würde jetzt einen roten Pfeil nehmen. Da das hier in dem Programm etwas schwer ist, nehme ich meistens dann immer Paint, beziehungsweise Paint 3D. Ist ja im Prinzip die neuere Version von dem alten Paint und ist auch relativ praktisch. Dann einfach auf Neu gehen. Könnte ich hier zum Beispiel 2D-Form machen und dann so ein Pfeil natürlich noch anpassen. Ich nehme immer Rot. Kennt ihr ja sicherlich. Füllen auch nochmal mit Rot. Und fertig ist das Ganze. Dann müsst ihr das nur einmal auswählen. Na, eigentlich so am besten nicht. Wenn ihr verkackt habt, könnt ihr auch einfach sagen Zauberstab. Dann wählt ihr einen bestimmten Bereich eben halt einfach aus. Und mit der gleichen Farbe. Und den könnt ihr dann auch hier reinkopieren. So habt ihr dann den Pfeil drin. Und den können wir jetzt hier einmal hinpacken. Wenn ihr etwas drehen wollt, könnt ihr dann auf dieses Drehen-Tool klicken. Darauf dann und dann so noch etwas bewegen. Dann verschiebe ich das nochmal nach da hin. Wenn ich passt so. Die Farben gefallen mir allerdings noch nicht ganz so. Deshalb würde ich einmal hier die Sättigung hochstellen. Generell, wenn ihr Farben anpassen wollt, immer hier übers Farben-Menü. Ähm, meistens eben halt dann immer die Sättigung, sodass schön kräftiges Rot wird. Eventuell nochmal Helligkeit und Kontrast erhöhen. Dann sieht es auch ein bisschen besser aus. Könnt ihr auch noch einen Farbabgleich machen. Und das eben halt so in der Farbe anpassen. Ist jetzt hier relativ irrelevant. Weil es nur eine Farbe ist. Aber ihr könnt so zum Beispiel auch aus etwas Roten etwas komplett Gelbes machen. Oder eben halt etwas Liedernes. Brauchen wir allerdings hier gerade nicht. Ich würde das eventuell nur einmal beim Hintergrund machen. Da einmal mit dem Sättigungstool rüber gehen. Und so die Sättigung etwas erhöhen. Dann sieht es nämlich etwas ansprechender aus. Ähm, die meisten werden ja auch wahrscheinlich kein ganz so extrem hochgesättigtes Bild. Und kein ganz so gutes Bild wie ich haben. Deshalb solltet ihr da immer etwas zu viel machen. Vielleicht für euren Geschmack. Weil es natürlich auch sehr, sehr klein am Ende angezeigt wird. Und das sollte man eben halt auch wirklich beachten. Farbabgleiche würde ich hier allerdings auch nochmal machen. Ich mag es einfach gerne, wenn es so ein bisschen in den Rotstich geht. Ist natürlich viel so Persönliches. Dann können wir hier ein bisschen Magenta. Und hier ein bisschen Bläulich sagen. Und dann passt das Ganze auch, würde ich sagen. Hier können wir eventuell die Auswahl nochmal hervorheben. Da einmal am besten wieder diese Auswahl treffen. Und dann hier die Sättigung nochmal etwas höher. Ein kleines bisschen. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel auch noch Glanzlichter etwas hochstellen. Dass es auch etwas stärker wird. Ich denke mal so sollte es schon ganz gut aussehen. Wir könnten auch nochmal Beweisabgleich machen. Ist jetzt zwar nicht allzu stark arm. Ein bisschen sollte man es erkennen können. Ich will jetzt als nächsten Step das Ganze hier nochmal etwas verdeutlichen. Etwas hervorheben. Dafür nehme ich hier einmal wieder das Auswahlwerkzeug. Und jetzt sage ich einmal STRG-C und STRG-V, um eine neue Ebene zu schaffen. Das ist jetzt eine schwebende Auswahl. Da hätte ich euch als erstes empfohlen, zur neuen Ebene zu sagen. Um dann eine neue Ebene auch letztendlich zu haben. Dann müssen wir die noch ein weiteres Mal duplizieren. Und können jetzt bei der unteren Ebene einmal sagen, dass wir die mit STRG einmal vergrößern wollen. Und dann können wir eben halt damit bestimmen, wie dick der Rahmen wird. So dick brauchen wir den natürlich nicht. Ich hätte hier nur ein paar Pixel breit gemacht. Ich denke mal, so könnte das Ganze schon ganz gut passen. Dann nehmen wir uns einfach hier unseren Pinsel. Und markieren das so einmal rum. Und fertig ist das Ganze eigentlich schon. Dann können wir eigentlich hier wieder sagen, nach unten vereinen. Nach unten vereinen. Und das Ganze ist wieder als ganze Ebene. Als nächstes würde ich dann ganz gerne noch mal ein GIMP-Symbol auf das Thumbnail packen. Damit man weiß, wie oder womit das gemacht wird. Das Ganze geht in den meisten Fällen in GIMP selbst relativ schwierig. Weil die Auswahlwerkzeuge keine ganz gute KI haben. Und deshalb nehme ich hier wieder Paint 3D. Ich habe mein Bild rausgesucht. Und das Ganze sieht so aus. Hier können wir wieder den Zauberstab nehmen. Natürlich fehlt jetzt hier nichts. Wenn wir irgendetwas komplett ausschneiden wollten, dann könnten wir es so eben halt noch verkleinern, damit das genauer wird. Und einfach einmal auf weiter. Jetzt sind ja an manchen Stellen eben halt noch nicht die ganz perfekten Sachen ausgewählt. Das ist manchmal etwas schwierig, dass da alles Richtige ausgewählt wird. Aber es sollte eben halt alles hell markiert sein. Sieht jetzt auch eigentlich soweit ganz gut aus. Die Augen fehlen jedoch noch. Das zweite Auge noch. Und ich glaube, so sieht das ganz gut aus. Können wir auch weiter klicken. Und dann haben wir das hier frei. Die KI wird dann auch im Prinzip das hintere etwas ersetzen. Und versuchen eben halt das ganze restliche Bild anzupassen. Ist definitiv weitaus nicht die beste KI. Aber ist ganz in Ordnung. Manchmal schafft man es eben halt wirklich mit Nachbearbeitung, dann da etwas noch zu machen. Das Ganze kopieren wir einmal hier rein. Sagen wieder zur neuen Ebene. Wählen das hier dann aus. Und das würde ich jetzt mal in die Ecke da oben schieben. Und dann noch etwas kleiner machen. So wie wir nochmal die Farben etwas anheben. Damit es eben halt deutlich besser aussieht. So sieht das nämlich schon noch deutlich mehr aus. Nochmal Kontrast wenig anheben. Hier brauchen wir nicht ganz so viel. Ansonsten nochmal Farbabgleich. Hier eventuell nochmal bis nach Blau. So ein kleines bisschen. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier braucht man nicht viel, was man da noch individualisiert hat. Ich würde es nochmal nach oben schieben. Und dann sieht das Ganze schon ganz gut aus. Allerdings eine Sache, die noch fehlt ist, dass oben noch etwas von diesem grauen Gitter war. Und das würde eben als sonst mit eurer Zweitfarbe gefüllt werden. Sieht natürlich nicht ganz so gut aus. Und ich glaube, so haben wir schon mal ein ganz gutes Bild. Und ich würde sagen, das ist auch ein erfolgreiches Thumbnail. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Video, eure Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Außerdem abonniert diesen Kanal für weitere Tutorials, für weitere Videos. Ich hoffe, es hat auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr noch für weitere Tutorials sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.